Vom Zauber der Weihnacht, so ist es immer betitelt, jetzt fängt es auch gerade an zu regnen, also mit Zauber und Weihnachten hat das gerade ein bisschen wenig zu tun, aber Sie werden merken, das kommt noch. Für all diejenigen, die zum ersten Mal heute hier sind, Sie werden feststellen, Sie werden im Laufe dieses späten Nachmittags und frühen Abends tatsächlich in einen weihnachtlichen Bann gezogen, an diesem vierten Advent. Das schaffen die Musiker und Künstler hier oben wirklich in einer ganz hervorragenden Art und Weise. Richtig gut! Was sagen Sie denn zur Stimmung, zur Musik? Musik ist super schön, wie jedes Jahr, die Stimmung ist trotzdem gut, wir trotzen dem Wetter. Die Stimmung ist super, die ganzen Leute dampfen ein bisschen am Feuer vor sich hin, aber ist super, ja. Was sagt das zu der Musik? Die Spitze, die ist zum mitzwingen, damit einem warm bleibt, das ist gut. Musik ist super, ja, 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 ja. Michael, we love you, thank you for your music. Im Namen von Lichtblicke nochmal vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren und alle im Grunde genommen durch ihren Eintritt auch so reichlich gespendet haben. Dankeschön. Es war toll. Und ich möchte mich bei Ralf und Radio im Schalippe herzlich bedanken für die Unterstützung. Es war ein tolles Konzert. Die Leute waren richtig außer sich, die waren vor Freude. Und ja, das war ein Riesenerfolg. Und ja, das war ein Riesenerfolg.